Bücher für den Wunschzettel. Der Geschenktipp des Tages. Mit Clemens Benke. Es sind die Basics im Schrank der Frau. Kleider. Ob Hochzeit, Party oder festliches Weihnachtsdinner getragen, werden sie zu den unterschiedlichsten Anlässen. Vogue zeigt die schönsten Kleider jetzt in einem prachtvollen Bildband, der im Prestel Verlag erschienen ist. Eine Sammlung von mehr als 300 einzigartigen Bildern, fotografiert von den besten Fotografen der britischen Vogue. Es sind nicht nur die Fotos aus mehreren Jahrzehnten Vogue-Modefotografie, die begeistern. Es gibt auch eine Fülle von Hintergrundinformationen zu Models wie Kate Moss oder Claudia Schiffer, zu Designern und Fotografen. Klassisch, märchenhaft, dramatisch, dekorativ und modern. Vogue, das Kleid, ist ein Fest fürs Auge. Ein prachtvoller Bildband mit aufwendiger Prägung im edlen Schuber. Nicht nur für Modefans. Ein Must-Have unter dem Weihnachtsbaum. Bücher für den Wunschzettel. Der Geschenktipp des Tages zum Nachhören und Gewinnen auf klassikradio.de.